Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play 2, äh, Let's Play Battlefield 3 im Multiplayer-Modus. Hey, wake up! Und, ähm, jetzt ist gleich noch der Muffin Ralf dabei. Ich gehe mal kurz hier in eine sichere Lage und hol ihn mal kurz in den TS. Jetzt. Body was moved to your channel. Hallo, Muffin Ralf. Also, Muffin Ralf ist jetzt hier im TS um mich, ähm, das ist Edisch zum Bestützende. Der Power-Stark ist eben dicker. Und, ja, hallo. Oh, was jetzt? Channel switched. Body was moved to your channel. Sag jetzt, was und du fliegst. So. Nicht schreiben, verdammt! Kann jetzt grad nicht reden, dann krieg ich dich jetzt. So. Okay, jetzt kann, okay, jetzt kann ich reden. Weil entweder oder gar nicht. Ich bin hier grad in der Aufnahme-Battlefit 3 Multiplayer-Modus. Ach so. Power-Shark ist nicht abgehauen. Ah. Okay. Weil er irgendwie einkaufen muss ins Outlet mit seinen Reitern. Ach so. Ach so. Müsste ja schon ein paar Mal. Hm. Und das heute, ähm, ich hab mir gedacht, dass ich verschiebt war. Zu Gunsten auch von dir. Brauchst du dir die Hungergames? Ja, 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 brauchst du dir auch keine Gedanken. Ach so. Wann beschiebst du es? Also... Eine Woche später. Eine Woche? Ja. Okay. Ich bin immer noch etwas erkältet. Ja, man hört's. So. Ähm. Und der Fluchern reibt richtig auf, hab ich gehört. In Battlefields. Ich nicht. Ich hör sowas nicht. Hm. Das weiß ich natürlich, dass du sowas nicht schirst. Ich brauch noch 5.000 Punkte. Und dann hab ich hier auf 2.000. Boah, scheiße, alter. Da hab ich mal noch mal ne Frage, wann, ähm, wann tun wir eigentlich Skypyramid weitermachen? Ähm, dann wenn es geht, würde ich sagen. Ja, okay. Okay. Aber noch was geht. Und dann hab ich mir die Geschmissen, muss mir mal angewöhnt, weil wir die schnelltasten. Ähm, keine Ahnung, wann also ich hab jetzt alle Folgen, die ich hatte hochgeladen die letzten Tage. Okay. Wie du dir bestimmt, du merkst, und, ähm, nö, hab ich nicht. Hab ich nicht. Hast du nicht? Hab ich war die letzte Zeit gar nicht auf YouTube. Ich weiß es auch nicht warum. So, naja, auf jeden Fall, ich hab das schon hochgeladen, und, ähm, ja, müssen nur noch, ähm, müssen halt mal wieder Minecraft. Aufnehmen, also normales LP. Ähm, dann halt dieses Skypyramid und, ähm, Team Fortress. Aber Team Fortress, ähm, werde ich die letzte Zeit auch nicht mehr so oft spielen. Warum? Ja, mein Internet und mein PC, die möchten gar nicht mehr. Und warum? Ja, ich weiß es nicht. PC wird langsam viel zu alt dafür. Ja, das ist auch der 9. So. Ja, ich, ich, ich war auch grad die ganze Zeit mein Taschengeld und muss langsam eine Arbeit suchen, aber, das finde ich gar nicht klappt, ich bin ja erst selbst. Ja, ja, doch, du kannst trotzdem schon ausmachen. Nenn mir mal ein Beispiel. Äh, also bei uns kannst du schon Zeitung austragen mit, äh. Ja, 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 ich bin aber Baden-Württemberg gleich daneben, Fisch. Ja, und, dann komm nach Bayern noch Zeit, nach der Zeitung raus, was weiß ich. Das gibt ja scheiße. Ich will erstmal wieder neue Kommentare bekommen, dann ein Fail, dann, ähm, nochmal ein, ähm, Flay, Junge, dein Mancroft, Tang, ja das stimmt eigentlich auch. Okay, und, und, ähm, ich hab jetzt in den letzten Tagen auch viele Videos hochgeladen, ne? Also Battlefield 3 kam beispielsweise heute online, die erste Folge. Ich meine, es, ähm, der Weg eines Anfängers. Okay. Ich geh grad richtig ab. Ich geh grad ab. Ja, hier ist dein Medikin. Ich bin grad richtig ab, du. Ich bin richtig ab, ich bin Erster. Zwanzig Kill sind noch eurem Erster. Warte, ich hab ihn heute genommen. So. Moment. Ja, Zweiter mit zehn, acht. Moment. Na, ich sollte nicht immer suchen, das ist mein einziger Fail. Aber den nächsten Punkt kriegen wir jetzt auch noch hin. Wir schaffen das schon. ... ... ... ... ... Ach, ja, toll. Das kann ich auch mit einer Panzerfaust auf mich schießen. Was sag ich denn bloß? Ähm, du schaust ein Video von mir, hab ich gehört. Was? Du schaust ein Video von mir, hab ich gehört. Nein. Doch, ich hab anfangs gehört, hallo, und hast du mir schon hundertprozentig. Ja, das hast du nicht geirrt. Doch, hab ich. Nein, das hast du nicht. Ich hab Videobeweis. Hab ich aber nicht gesagt, das war vielleicht irgendwie von dir Gedanken oder was weiß ich. Ich hab keine Gedanken. Lustig. Finde ich auch. Meinst du vielleicht, ähm, warte, das hier? Im Moment, scheiße. Ne, das scheiße meine ich nicht. Ne, ne, warte. Ne, ne, warte. Warte, ist das hier? Was? Das hier, was ich grad abgespielt hab. Ich hab nichts gehört gerade. Ja, dann ist es dir nur so vorgekommen, weil ich hab grad ein Video von mir angeklickt. Ähm, ähm... Ich hab letztens auch ein neues Videovorstellungsvideo postet über einen PvP-Server. Ja, ich hab's mir angeschaut, aber da hat's extrem geleckt. Er liegt daran, weil es auf Nitrat, weil es ist, ähm, viel besser. Es ist ein eigener Hoster, das ist leckt gar nicht mehr. Ja. Wirklich. Achso, war vorher nicht Nitrador, oder was? Ne, vorher war Nitrador. Ja, und das ist dann halt falsch. Weil er Nitrador da geleckt hat. Ja, Nitrador. Nitrador. Nitrador leckt, denn ich hab auch einen Nitrador, aber leckt kein bisschen. Das ist aber hohen Ordnung. Ja, wenn du das möchtest. Das meine ich nicht nur, das ist so. Ja, natürlich, dann kommen sie wieder von rechts. Zwölf und lauf sind, ist das scheiße. Ähm, der erste Part ist übrigens mit Power Shark. Und die anderen Parts sind auch mit Power Shark. Nur, äh, ein Part ist jetzt mit vier. Und der nicht noch da. Na, genau. Von, ähm, aufladen, ja. So, auf geht's. Beschweren sich die Ein- ist, beschweren sie sich alle über mich, weil ich Admin bin und deren Base ausgeraubt hab. Das war der Grund, wenn sie halt TPA annehmen und ich da zur Turm sitzen kann auf dem PvP-Server. Alter, was ist denn hier passiert? Einfach alles abgebaut. Oh, hier alles instant abgebaut. Okay. Hey, hier ist ein wenig. Und jetzt werde ich auch noch ins Räber geschrieben. Ja, wir sind ein wenig. Ja. Und dann möchte ich es, dass ich mit dem Scarp. Sag mal. Okay. Nun erledigt. ich ich denke da war das gerade nach und dann habe ich einfach geklärt, der wird sich schon jetzt gerade erst mal aufregen der wohl gerade reichste und stärkste Clan ist meiner was ist das für ein Clan? ein Clan weißt du nicht was ein Clan ist? ach so ein Clan, ich hab Clan verstanden ach so ein Clan na ha 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 da hängt immer noch das Schild, wo Oroffe draufsteht das ist ja so assy wie die ganzen Kissen, die sind sowas von unordentlich das geht doch gar nicht ey naja Konstantin spielt auch auf dem Server ja und der Jeffron auch ne der Jeffron nicht doch da jetzt steht da das Gurke hat geklaut ok also äh ich glaub das Konstantin nicht klauen kann weil ihm eigentlich die Hälfte der ganzen Sachen gehören ok gut aber Jeffron war beim Ankündigungsvideo fall übrigens auf dem Server ne ja ich weiß ich hab ihm nur gesagt er soll mal rauskommen aber sonst spielen tut er nicht doch also er hat mir gesagt er spielt da ich hab ihn also nur einmal online gesehen und zwar ähm da wo ähm da wo ähm da wo ich fällt mir nicht mehr das Wort ein da wo ich mal gesagt hab das soll kommen ok ich finde ja irgendwie keine Gegner ok ich glaube ich kannst nicht mehr ich weiß nicht mehr aber ich bin richtig ja dann will dich verarschen dann kommt von hinten einer ach ich hab ja das müssen Bewegungsmesser auf aber das haben wir auch alles gleich schwebisch hier er von von hinten war nach vorne Gekner? Nein, ich schenne keine Gegner. Gegner! Das Mädchen geht nicht so auf. so wie oft verbaut sie sich mit bedrock die verbaut sich die ganze zeit mit bedrock dieses augen fern ein mädchen und ich hab' einen Sniper Maha das ist jetzt erst mal der schwarze da dürfen auch zu den Hunger Games neue dazu kommen weil dieser eine Exusie da der wird nicht mehr mitmachen ja ist in Ordnung ich hab' ja deswegen ist ja ein Video hochgeladen worden ja ich guck' ja natürlich nicht ich hab' ja schon geschossen ach komm der Julian mein Freund der macht immer wieder den gleichen Trick der möchte ähm wieder aus dem Clan gehen und verarscht die dann ich liebe einfach diesen Typ ich hab's verstanden ich hab's verstanden ich hab' ja wenn du meinst ja ich meine wenn du hoch drei meinst was 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 hoch drei meinen hoch drei ne ich hab' ja dann nicht das du hast du einfach die ganzen Nups die fragen die ganze Zeit nach hast du vielleicht Russi hast du vielleicht Russi bekomme ich eine Russisch von dir Prozent die da fragen die ganze Zeit nicht so viel und ob sie russisch bekommen das weil es nicht was russisch ist auch Rüstung sagt ein Moment einen Moment soll ich mir geben werden Prozent auch statt das liegt daran weil der Machen Reif da ist auf jeden Fall was von low bitte nicht, oh ne, meine herr das ist halt wieder bug, ey jawoll, 5, es ist nur noch 5 übrig komm mal hoch, wir müssen gehen hoch, wir müssen gleich weiter holen wir uns so, jetzt war schon wieder beim Ende der Runde aber ich mach noch eine Runde, weil ich möchte unbedingt die F2000 und die muss ich dann auch noch hochleveln, das heißt noch eine zweite Runde ok nehm ich jetzt noch auf Schalldämpfer lografisch, jawoll Arthur Drifle Rippen, Suppressen Rippen nochmal Suppressen Rippen Arthur Drifle Rippen Suppressen Rippen Team Deadmatch Rippen Team Deadmatch wieder Rippen ich bin nochmal weg, ok? Ja, viel Spaß, ciao, ciao ja, ciao so, jetzt sind wir auf vierten Platz Buddy, disconnected from your channel ja, das geht ja, also bis zum R-Extrem Acht, ciao stop